Typisch Mark Prücher Wahnsinn! So Leute und jetzt ist es soweit. Die erste Typisch Mark Prücher Aktion steht auf dem Programm. Wir gehen uns jetzt umziehen und dann geht's los. So liebe Leute, es ist soweit. Das erste Abenteuer steht auf dem Plan. Und das ist eine Wokfahrt. Also ich bin ja schon öfter gefahren hier auf der Olympia Popbahn in Innsbruck-Igels. Und heute habe ich mir drei absolute Spezialisten eingeladen, die mit mir sich die Popbahn in einem Küchenwok, also besser gesagt in vier Küchenwoks, abgehauen werden. Nämlich die drei Musikanten von Z3. Es schaut heute fast ein bisschen aus wie Bankräuber. Aber wie viele Wokfahrten hast du schon hinter dir, Stefan? Aube, da schaut es nicht gut aus. Noch gar keine. Noch keine? Aber du auch nicht? 0,0. Und du Josef? Ganz genau, also noch keine. Okay, und jetzt habt ihr noch irgendwelche Fragen, wie das jetzt genau ablaufen wird? Oder lasst einfach auf mich ein. Vertraut ist mir blind sozusagen. Ja, ich hoffe, wir können nie vertrauen. Schauen wir mal. Wir müssen sozusagen nie vertrauen. Gut, also das wäre jetzt ein Gaudi. Wir stürzen uns jetzt den Wok, den Eiskanal in Innsbruck. So, es geht los. Bereit? Yo! Yo, man! Auf geht's! 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 Und war das jetzt ein Erlebnis oder nicht? Ein Erlebnis, was definitiv eines herausbringt. Gewaltig, mir ist es gut gefallen. Möchtest du ruhig ein bisschen schneller sein? Super, ja. Ich hätte nie das so gerechnet, aber berg. Okay, und jeder von euch kann das auch mal machen. Hier auf der Olympia Popon in Innsbruck-Igels ist das für jedermann möglich. Das macht die Firma Knaus Eder Event Konzept. Da kann man sich anmelden und Wok fahren. Wie macht man das am besten? Ja, über die Homepage anmelden. Es gibt ein paar Termine. Heuer sind wir schon ausgebucht, aber für die nächste Saison ist das selbstverständlich noch buchbar. Also geht's ins Internet, Knaus Eder Event Konzept. Und da kann man in Innsbruck-Igels Wok fahren. Ein super geiles Erlebnis. Ciao.